ARD Text im Auftrag von Funk Entschuldigung, kennen Sie meine Mutter Marita Larsen aus dem 4.? Was? Marita Larsen, die hat ja mal gewohnt im 4. Stock, kennen Sie die? Nee. Larsen? Larsen? Nee, keine Ahnung. Jana, du brauchst doch kein Dezo! Hallo, Mama. Willst du robjolich? Nee, danke, nicht zum Frühstück. Was? Ich mag das. Ah, das ist Jürgen, kennst du noch? Jürgen, hörst du? Geh ruhig mal, willst du mal Hallo sagen? Mann, Christine, ey, das ist ja ein Ding. Hat sie mal vorher angerufen, war, hätte ich ein bisschen aufgeräumt. Was machst du denn so? Mann, jetzt lass doch nicht alles aus der Nase ziehen. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Warum warst du denn so eine beschissene Mutter? Ich würd' einfach nur verstehen, war halt meine Schuld? War ich zu anstrengend, zu laut, zu leise? Keine Ahnung. Nee, das ist halt dumm gelaufen damals. Dumm gelaufen, ey, du hast mich ins Heim abgeschoben. Mann, du bist meine Mutter. Ich würd' einfach nur wissen, ob du verkackt hast, Mama, warum? Ich hab doch nichts dafür, dass es nicht so gelaufen ist, wie Madame sich das hier vorgestellt hat. Was macht ihr da? Unterricht. Toller Lehrer, bringst deinem Sohn falsche Sachen bei. Misha, jetzt ist Schule. Also kann ich nicht in die richtige Schule, die ist ja gleich da vorne. Papa kann ich auch. Du bist ja. Misha! Ja, hallo, Glatte. Äh, der Wagen ist, äh, fertig. Ja. Du kannst abholen dann, ne? Tschüss. .